Hallo Jungs zurück, das wird es bei Fallout 4. Mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, die ich machen könnte. Ich hatte eine Sache, die ist natürlich auch ziemlich anfangs basiert. Einige wissen wir jetzt eher einiges in euch haben, wo wir als ziemlich anfangs Videos fehlen. Das tut mir übrigens leid. Und bei der Sache, da hat Prest was Januar gesagt, wo ich gerade sehr näher war. Als er hingegangen ist, ist er etwas Bestimmtes gekommen. Die Jungs noch keine Chance hatte. Aber jetzt haben wir jetzt... Ich will sagen, haben wir eine Chance, aber... Ich werde jetzt immer Munition kaufen. Ich suche nach Waffen. So. So, okay. Okay. Nur sieben Kugeln, das wäre auch nicht viel. Deshalb ist es aber... So. Also, wie kommt denn? Ich weiß nicht, wenn sie euch hier wo es war. Ah, ich glaube, das Rieseort hier war es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wenn es dort ist, dann wäre es schon ziemlich schnell werden. Und dann... Ich bin mir nicht sicher, wenn es dort ist, dann wäre es, glaube ich, das Rieseort hier war es. Ich bin mir nicht sicher, wenn es da ist, dann wäre es, glaube ich, das Rieseort hier war es. Ich glaube, das ist der Rieseort hier war es. Jetzt kommt es. Ich glaube, das ist der Rieseort hier. Das ist der Rieseort rein zu. Du bist ja Du bist ja Du bist ja Du bist du Ich bin Ich bin Ich finde, warte, das ist auch wirklich gut jetzt. Ich habe das Hegex. Ich habe das noch mehr Function. So. Und das ist noch nicht gut. Oh man, die bis mich jetzt. Okay. Das wiederhast, wie das? Das ist wohl der erste Mal gegen mich, nachdem ich Jahren für eliminiert habe. Oh! Was machst du? Hey, hey. Bereit. Mal sehen, was du gefunden hast. Ich wollte schon einmal zurückholen. Weil wenn ich vielleicht das Dance ohne die Kapuze besser aussieht. Vielen Dank. Was ist das? Was ist das? Geh! Jettin Xavier Das war's für heute. Oh shit, he inventing every support and everything to do, also we know what he told him. Er hat sich wohl was brauchen müssen, ähm, entschuldige, da werden wir es abbiegen. Er hat sich wohl was brauchen. 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 So. Er hat sich wohl was brauchen. 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 Er hat sich wohl. Er hat sich wohl was brauchen. 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 Er hat sich wohl Duo hellynen öff bye. Upchallend ein. trained Raum. Genug illeg Lori11. Hä 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 Nation. VERDTö, throw it out. Ich muss sagen, schauen wir uns zuerst mal das Video im Dingel, wie ich jetzt die Christrein mache. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, es ist auch hier. So. Vielen Dank. 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 Oh shit. Oh shit. Oh nein. Nein. Ich muss nicht da, der ist nochmal. Wenn ihr fragt, wie ihr Sprenger hat, ich sei ihr Sprenger oder nicht mal gucken will, und sie nehmen sich an, zu bieten und Jess. Und anstatt dann 2 bis 11 da sind, gejagert in die Gebäude und dann sind die auch schon los und die Ränge auch schon losgegangen. Und das ist in der Moment. Jetzt diskutieren Sie so. Und das ist an, was sie gelingen sind, ich habe gesagt, die Räume auch schon mal gucken. So. Und das ist noch mal, dass der Räume auch schon hierüber verbunden sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, so. Willkommen. Wir sind Hab, Wendel. Ich hoffe natürlich. Ich stehe ehmals in Ordnung. Ich habe erfahren, aber ich hab... Ich hab sie schon hier. Hab, sei Dank. Es war wahrhaftig schick. Hier ist deine Bezahlung. Da wäre noch etwas anderes. Ja, klar. Zusammen können wir das Raumschiff übernehmen. Ich wusste, ich kann aufhören. Aha. Ich wusste, ich kann aufhören. Ich weiß, ich kann aufhören. Ich weiß, ich kann aufhören. Ich kann aufhören. Ich kann aufhören. Ja, ich kann aufhören. Ich weiß, ich kann aufhören. Ich weiß, ich kann aufhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf geht's Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf geht's 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 Auf geht's